Guten Abend meine Damen und Herren, guten Abend vorallendigen liebe Sport- und liebe Fußballfreunde. Den Anfang machte in der 11. Minute Frank Tjalecki mit einem seiner bekannten Freistoße. Diesmal ein Kopfballtreffer des Stürmers Bernd Schulz. Hans-Jürgen Rediger mit einem Seifballziel. Und ein toller Schuss von Rainer Ernst. Ein Supertor. Lässt drei Bremer ins Leere laufen. Und Andreas Thurm frönte dieses Bilderbuch-Tor zum 2 zu 0. Ein fantastisches Publikum bedankte sich auf seine Weise. Und das war es auch, was übersprang der Funke von den Rängen zum Rasen und umgekehrt. Genießen Sie diese Bilder, verehrte Fußballfreunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.